Was ist da los, Alter? Krass, das habe ich ja noch nie erlebt. Der rennt erst auf den Piel hinterher. Nicht zu ziehen, oder? Ja, ich habe Aufnahme angemacht. Krass. Ja, warte, ich schieße. Ja, mach, mach das. Was für den noch? Vorsicht, ich schieße. Der Penner greift das Reh an. Ich denke gerade, wo rennt der denn hin? Der rennt ja hinter dem Gegner her? Also hinter dem Typen her? Krass, ey. Hinter dem Elch her. So, und jetzt machen wir geschnetzeltes, oder was? Äh, was? Ich habe, glaube ich, nichts mehr aus dem anderen. Also vor allem jetzt. Ich habe ja noch hier Machete. Aber erstmal lade ich die mal neu. Ey, das sah ja echt gruselig aus, ne? Ja, genau. Wenn das auf einmal hinter einem anderen Bot runter hinterherläuft. War mir jetzt nicht neu. Oh, Kami, vorsicht. Oh, oh, ich sehe ihn. Ich höre ihn nur. Ja. Ja, ich auch. Dann kommt er. Ey, ich habe ihn getroffen. Jetzt hat er ihn gemacht. Oh, ich habe ihn. Ja, ne. Oh, Junge. Geht ja was ab. Brauchst du es? Na, ich kann nichts machen mit dem Baume. In und in die Worte. Äh. Doch, ich kann. Ja, da liegt schon was unter mir. Oh, jo. 86 Fleisch. Groß Fleisch. Aha. Auch doof, du kannst zwar jetzt schon Fleisch von den Tieren abmachen, aber du kannst noch nichts damit anfangen. Okay. Oder ja gesagt, ich habe noch nicht probiert, ob man das Zeug essen kann oder ob man sich dann vergiftet. Ja, man sollte es vorher beraten, würde ich sagen. Ja, nur